Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Es tut mir leid Video und es tut mir wirklich leid, denn ich übernehme mich in letzter Zeit sehr stark mit meinen Videos Beziehungsweise mit meinen Daniel-Down-Syndroms. Ihr wisst, am Anfang ging ein Daniel-Down-Syndrom 2 Minuten Mittlerweile sind es 8. Also das letzte Daniel-Down-Syndrom hat 8 Minuten gedauert Und ich möchte natürlich die Tradition von langen Videos beibehalten, aber Das bedeutet natürlich auch, dass ich umso länger arbeiten muss und das Problem ist Irgendwie heute war es so, ich habe die ganze Zeit geschnitten, schon mal vorvertont, die Hälfte ungefähr Und dann auf einmal hatte ich einfach überhaupt keine Kraft Ich habe um die 6 Stunden geschnitten und vertont heute Und normalerweise, also bei meinen alten Daniel-Down-Syndroms konnte ich easy innerhalb von 3 Stunden Daniel-Down-Syndrom weg, hochladen, easy Aber mittlerweile dauert das, weil ich so viele Ideen habe Oh, ich bin einfach, oh, ich bin so unglaublich schlau, weil ich einfach so unglaublich viele geistreiche Ideen habe Dass das Format noch viel besser und beschissener wird Da muss einfach so viel rein, dass ich auch, dass ich einfach nicht so viel Zeit finde Beziehungsweise einfach nicht früh genug damit anfange Und jetzt muss ich halt wieder so ein scheiß Entschuldigungsvideo raushauen Und bitte, Jungs, es tut mir echt leid Bitte, 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 bitte Ich habe keine Entschädigung für euch, wie immer Natürlich nicht Ich meine Ja, auf jeden Fall wird das Video morgen kommen Morgen kommt Daniel-Down-Syndrom, wie letzte Woche Ich hoffe, das wiederholt sich nicht so oft Vielleicht muss ich dann auch die Daniel-Down-Syndroms kürzer machen Also, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben Entweder weiterhin extrem lange Daniel-Down-Syndroms Für mich lange, weil ich das halt eben in zwei Tagen mache Und mein ganzes Gehirr danach explodiert Oder halt eben etwas kürzere, so fünf Minuten oder sechs Minuten Muss ich halt dann gucken, wie ich das mache Aber manchmal habe ich halt, ich hatte jetzt für die Folge einfach zu viele Ideen Dann musste ich halt so lange, ne Und ihr wisst, ihr wisst schon Außerdem habe ich mir heute, wie die Freunde auf Twitter wissen Etwas bestellt Das hier, äh, Burger Ich habe mir zum allerersten Mal Was zu essen bestellt online Da bin ich ziemlich stolz auf mich, weil ich eigentlich sowas nicht mache Und übrigens meine Haare, guck Oh Sind wieder so unglaublich lang Und ich muss bald zum Friseur Deswegen, wenn ihr einen Friseur für mich wisst Den ihr unbedingt empfehlen wollt Dann schreibt ihn mir in die Kommentare Und ich würde sagen, ich schaue jetzt Mit dem lieben Daniel noch das Dschungelcamp-Finale Danach geht es ab ins Bettchen Beziehungsweise dann erst um 5 Uhr morgens ins Bett Weil ich dann noch die Serie House of Cards gucke Bitte nicht spoilern, Pilz Und es tut mir leid, habe ich das schon gesagt Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Entschuldigungsvideo wieder Ich hoffe nicht in der nächsten Woche Ich hoffe irgendwann ganz, ganz später Irgendwann, aber nicht in der nächsten Woche Weil mir geht das ja auch selber auf den Sack Und ich hoffe, ihr verzeiht mir Cooler Effekt Okay, tschüss Okay, tschüss Okay, tschüss